Nachdenkseiten Die kritische Website Pamphlet unterstellt BSW einen nationalen Sozialismus Ein Kommentar von Tobias Riegel Ehemalige DDR-Bürgerrechtler haben in einem infamen, offenen Brief an die demokratischen Parteien appelliert, keine Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht-BSW einzugehen. Der Brief ist inhaltlich und stilistisch unmöglich. Er sagt dadurch mehr über die aktuelle Debattenkultur aus als über das BSW. Derweil kündigt das BSW eine konsequente Aufarbeitung der Corona-Politik an, notfalls auch mit Stimmen der AfD. Norbert Hering hat kürzlich in einem verlinkten Artikel anlässlich eines diffamierenden Faktenchecks der AfD zum BSW festgestellt? Mit der Kampfschrift signalisiert die ARD allen Journalisten des Senders und darüber hinaus des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das Themenfeld Russland-Ukraine-NATO und die Haltung der BSW dazu haben höchste Priorität. Ab jetzt gilt, auf sie mit Gebrüll. Zitat Ende. Als eine weitere Ausprägung dieses angekündigten Gebrülls auf anderer Ebene kann man wohl diesen aktuellen Vorgang bewerten. Die Tagesschau berichtet in einem verlinkten Artikel darüber, dass ehemalige DDR-Bürgerrechtler vor einer Regierungsbeteiligung des Bündnisses Sarah Wagenknecht-BSW warnen würden. Es herrsche eine große Beunruhigung, dass das BSW mitregieren könnte, vor allem wegen der außenpolitischen Positionen des BSW, sagte die ehemalige Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde Marianne Birtler. Diese Sorge sei auch Tenor eines offenen Briefes, der laut Birtler von Sachsen ausging und von ihr unterstützt wird. Auch der frühere Bürgerrechtler und letzte DDR-Außenminister Markus Meckel, SPD, bestätigte, dass er das Schreiben mitträgt. Nationaler Sozialismus In einem auf der Plattform ex-veröffentlichten Text werden vor allem Aussagen von BSW-Mitgliedern zum Krieg in der Ukraine als falsch dargestellt. Wagenknecht wird direkt der Lüge bezichtigt. Der Brief ende in einem Appell an die demokratischen Parteien und vor allem die CDU, sich genau zu überlegen, ob sie nach den Landtagswahlen eine Koalition mit dem BSW eingehen oder sich tolerieren lassen wollten. Zudem sollten sich die Parteien klarer vom nationalen Sozialismus des BSW distanzieren, heißt es in dem offenen Brief weiter. Dahinter stehen nach Angaben der Initiatoren 58 Personen. Wagenknecht reagierte folgendermaßen. Der Brief ist wohl kaum im Sinne der DDR-Bürgerrechtsbewegung, von der sich viele unter den Slogans Frieden schaffen ohne Waffen und schwer dazu Pflugscharen für Frieden, Diplomatie und ein Ende des Wettrüstens einsetzten. Das Bemühen, um eine diplomatische Beendigung des Ukraine-Krieges als russische Propaganda zu diffamieren, ist auch eine Beleidigung für Millionen Ostdeutsche, die zu Recht Angst vor einem großen europäischen Krieg haben. Zitat Ende. Ergänzung vom 06.08.2024, 12.30 Uhr, dieser Satz wurde hinzugefügt. Ende der Ergänzung. Wagenknecht ergänzte zu dem Brief noch, Hier solle offenbar eine neue Partei, die vielen Menschen aus dem Herzen spreche, wenige Wochen vor entscheidenden Wahlen diskreditiert werden. Dass sich aktuell viele Ostdeutsche bei politischen Debatten wieder an die Enge der DDR-Zeit erinnert fühlen, müsste eigentlich frühere Bürgerrechtler auf den Plan rufen. Doch hätten die Briefeschreiber offenkundig den Kontakt zur Bevölkerung weitgehend verloren. Der Brief wird außer in der Tagesschau erwartungsgemäß auch breit und unkritisch in vielen Medien zitiert, etwa in der Zeit oder im Spiegel oder im Deutschlandfunk. Im September werden in Thüringen, Sachsen und Brandenburg neue Landtage gewählt. In Umfragen erreicht das BSW in den drei Ländern teils Werte von 15 bis 20 Prozent. Die CDU in den drei Ländern hat eine etwaige Zusammenarbeit mit der neuen Partei nicht ausgeschlossen. Wagenknecht hatte vergangene Woche gesagt, das BSW werde sich nur an einer Landesregierung beteiligen, die auch bundespolitisch klar Position für Diplomatie und gegen Kriegsvorbereitung bezieht. Diese sehr gute Äußerung hatte teils wütende Reaktionen hervorgerufen, über die wir im verlinkten Artikel »BSW ist ein Kreml-Ableger«, wie Wagenknechts Koalitionsaussage einschlägt, berichtet hatten. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland RND berichtet im Artikel »Wie radikal ist die Wagenknecht-Partei bei der Corona-Aufarbeitung«, dass das BSW nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sowie nach der Bundestagswahl 2025 parlamentarische Untersuchungsausschüsse zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmenpolitik einrichten wolle. Und das wird durch die Überschrift in die Nähe der »Radikalität« gerückt? BSW-Gesundheitsexperte Friedrich Pörner sagte dem Medium »Es muss auf jeden Fall einen Untersuchungsausschuss im Bundestag geben. Nur ein Untersuchungsausschuss kann Zeugen vorladen und Akteneinsicht ohne Hürden erhalten. Ein Untersuchungsausschuss kann Beweis erheben und hat auch Zwangsbefugnisse.« Zitat Ende »Das BSW werde nach den Landtagswahlen im Osten und auch im nächsten Bundestag Anträge einbringen, Untersuchungsausschüsse einzurichten«, sagte Pörner. Für diese guten und wichtigen Vorstöße würde er auch eine Unterstützung durch die AfD nicht ausschließen.« Zitat »Wir hoffen, dass möglichst viele aus anderen Fraktionen, und dazu gehört auch die AfD, diesem Anliegen zustimmen«. Zitat Ende »Die Aufarbeitung sei, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und müsse über Parteigrenzen hinweg angepackt werden. Dazu gehöre auch die AfD. Für Brandmauern und Kontaktschuld ist kein Platz. Beides ist absolut kontraproduktiv für eine Aufarbeitung und wird auch dem Wunsch der Bevölkerung nicht gerecht«, sagte Pörner dem RND. Außer der AfD, die beispielsweise in Brandenburg und Hessen Untersuchungsausschüsse durchgesetzt hat, befürwortet laut RND keine Partei dieses Instrument. Der 57-jährige Pörner leitete bis 2022 ein bayerisches Gesundheitsamt, protestierte gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung von Markus Söder, CSU, und verlor seinen Posten. Für das BSW zog er im Juni ins EU-Parlament ein. Er leitet in der Partei den Expertenrat zur Corona-Aufarbeitung. Das BSW will in solchen Räten mit Expertise von außen bis 2025 ein Parteiprogramm erarbeiten. Pörner wünscht sich eine Aufarbeitung in drei Säulen. Eine wissenschaftliche, eine politische und eine gesellschaftliche. Der BSW-Politiker fordert etwa einen Tag der Versöhnung, an dem einmal im Jahr an die Maßnahmen erinnert wird, die die Gesellschaft krank gemacht haben. Den Skeptikern solle bestätigt werden, ihr hattet mit vielem Recht. Aber auch den Ängstlichen solle ihre Angst vor Krankheit und Tod durch eine unbekannte Krankheit anerkannt werden. Weniger versöhnlich äußert sich Pörner gegenüber den politisch Verantwortlichen. Zitat Es war eine Lüge, die Pandemie der Ungeimpften auszurufen. Und es war eine Täuschung und eine Hetze, die Menschen gegeneinander aufgebracht hat. Besonders Lauterbach und Söder haben hier keine gute Figur abgegeben. Zitat Ende Er erwarte eine Entschuldigung und eine Verantwortungsübernahme der Entscheidungsträger auf allen Ebenen und hoffentlich von dem einen oder anderen die Einsicht, dass er oder sie nicht mehr für ein politisches Amt geeignet ist und zurücktreten muss. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit.